Ich heiße Elsa de Lensel, ich bin hier mit dem Film Luna und komme aus Paris. Worum geht es ganz kurz gesagt in Ihrem Film? Es geht um ein junges Mädchen, die wirklich voll verknallt ist in ein Junger. Sie hängen viel mit seiner Klicke rum, langweilen sich zusammen, trinken sehr viel und einen Abend wickelt sich etwas aus dieser Gruppe. Sie überfallen einen anderen Jugendlichen und einige Zeit später wird sich dieses Mädchen später verlieben in den Opfer. Warum ist es wichtig, so eine Geschichte zu erzählen? Ja, weil ich denke, jeder kann seine Menschlichkeit finden. Die ist einem nicht gegeben, die muss man erstmal gewinnen. Und das ist das, was dieses Mädchen einfach, diesen Weg muss sie erstmal durchgehen. Was haben Sie bisher für einen Eindruck vom Festival und von seinem Publikum? Also bis jetzt war das ganz toll. Die erste Vorführung war sehr gut besucht. Das Publikum war sehr warmherzig. Es gab viele Fragen und die Organisation läuft auch top. Wenn Sie den Preis gewinnen, was haben Sie mit dem Preisgeld vor und was sind Ihre neuen Projekte? Also erstmal denke ich nicht an den Preisgeld, weil das bringt Unglück. Ich freue mich einfach nur auf dem Festival Gast zu sein. Und ja, ich arbeite schon an einem nächsten Projekt, viel privater Geschichte. Es geht um die Geschichte meiner Mutter als junge Frau, die nach dem Krieg geboren ist. Ich hoffe, auf welchen Weg ist sie dann, musste sie als Frau durchgehen. Damals waren die Frauen, ja, es stand damals nicht so gut um sie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous.